Yo, 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 yo! Was ist poppin' mein? Was geht ab, meine lieben Freunde? Alles gut so weiter oder was? Wie schaut's aus, Digga? Ich hab gerade gesehen, ich bin so ein bisschen am Searchen am Handy gerade und dann sehe ich auf einmal, wird mir angezeigt, 6ix9ine hat einen neuen Song hochgeladen, Digga. Und dann habe ich mir gedacht, bevor ich mir den alleine reinziehe, mache ich das doch mit euch zusammen, meine lieben Freunde. Leon ist am Start, du weißt, wie geht's euch, Leute? Alles gut bei euch? Ich hoffe, bei euch ist alles gut. Wie gesagt, gerade kurz reingeswiped und dann habe ich gesehen, der Bruder ist da, Digga. Ich meine, ey, viele Diskussionen um den Bruder gewesen. Ich habe das alles nicht so krass mitverfolgt, weil es mich natürlich auch jetzt nicht so hart interessierte, was da so die Background-Situation ist bei dem Bruder. Ich habe einfach nur damals mitgekriegt, dass der da in den Knast reingegangen ist, wegen mehreren Dingern halt so Gang-Shit-mäßig so und angeblich dann da irgendwie auch Leute verraten hat und so. Wie gesagt, ich bin da nicht so krass im Thema drin, muss ich euch ehrlich sagen. Ich habe 6ix9ine aber immer gefühlt, von Anfang an, weil ich fand es geil, dass er diesen Crunk-Vibe quasi wieder hochgebracht hat, so weißt du? Dieses Rumschreien, dieses Ekelhafte, so ein bisschen auf Neu gemacht hat, so wie damals Pastor Troy und so und Lil Jon East Sideboys, wisst ihr, was ich meine? Angeblich will 6ix9ine auch streamen heute auf Instagram, okay, krass. Er ist jetzt wieder rausgekommen und hat direkt, ja, direkt einen Song gedroppt quasi. Ich weiß gar nicht, wann er entlassen wurde. Das Ding ist ja, ich habe den Bruder auch persönlich kennengelernt, Digga. Ich habe ihn einmal persönlich kennengelernt auf einem Konzert. Wie war das? Der war ja in Berlin, hat ein Konzert in Berlin gehabt und dann waren die SLS-Jungs da am Start, Gringo etc. Und die haben dann dafür gesorgt, dass ich auch mit Backstage kann. Und dann war ich mit dem Bruder auch teilweise auf der Bühne und so. Und dann nach dem Auftritt war der dann da im Auto und so, ist direkt ins Hotel, wollte sich noch ein paar Ladies da mitcatchen und so. Und da habe ich ihn kurz kennengelernt, kurz mit dem gequatscht und so. Und ey, Digga, der kam mir richtig so als ein lieber so netter Junge rüber, ne? Auch relativ jung, klein, schüchtern so. Keine Ahnung, was da die Gesamtsituation war, aber der kam mir jetzt nicht wie so ein heftiger G rüber, so weißt du? Also wahrscheinlich, wahrscheinlich wurde der einfach damit so reingezogen, weißt du, was ich meine so? Ich glaube, der ist das so ein bisschen. 6ix9ine wird mindestens noch ein paar Monate leben. Ah, ich weiß nicht, Digga. Ich weiß nicht, Bruder. Wenn du da einen guten Schutz am Start hast, im Amiland, weißt du, wenn da immer deine Leute am Start, der wird wahrscheinlich jetzt auch gut geschützt werden von den Securities. Securities, der hat ja auch genug Cash, Digga, damit er sich da alles irgendwie, ähm, damit er sich da alles irgendwie safen kann, weißt du? Ich würde den Teufel jetzt nicht an die Wand malen und ich wünsche es ihm auch nicht, weißt du? Also ich bin nicht so einer, der jetzt sagt, oh ja, 6ix9ine ist jetzt Verräter, ist 31er. Ich bin erstens gar nicht im Thema und zweitens, Digga, niemand hat, niemand hat den Tod verdient, so. Weißt du, viele Leute machen sich jetzt lustig, so, haha, der wird safe sterben und so. Versetz dich mal in seine Lage rein, jo. Ja, jetzt würde ich sagen, fetzt mal mal rein, oder nicht, Digga? Fetzt mal mal rein den Kollegen, was er da fabriziert hat. Ich hab kurz reingeschaut, muss ich ehrlich sagen, hab so reingeschaut, paar Sekunden, ich denk so, komm, stream it in, man. Ich warte gerade eigentlich noch auf meinen Friseur, Diggi. Ich muss meine Haare noch schneiden. Reinhörne den, oh, fucker. 6ix9ine hat gerade geschrieben, YouTube crashed, ging live into 20 Millions. Jetzt, guck mal, Digga, guck dir das mal, ach du Scheiße, Digga. Das ist seit, der ist seit 25 Minuten online, Digga, nicht mal, glaub ich. Hat fucking 426 Daumen nach oben, Digga. War das Kai oder war er das, Freunde? Das ist die Frage. Scheiße, Digga. Was ist da los? Shit, man. Die Booty-Vibes. Ich muss ganz ehrlich sagen, ne? Booty-mäßig so. Ich bin ja ein richtiger Arsch-Fetischist. Also die Leute, die mich kennen, die wissen, dass ich auf jeden Fall da so richtig einen Plan davon habe. Aber wir sind früher echt im Auftrag des Deutschen Booty-Test-Verbands auf die FIBO etc. gelaufen. Und haben da geguckt, ob die Ärsche auch natural sind. Das heißt, wir haben da wirklich auch einen Auftrag. Ich bin da professionell im Thema drin so. Und ich muss euch sagen, dass ich eher so der Naturaltyp bin. Wenn ich sowas sehe hier, so Skinny Legs und dann so ein Arsch, dann vibet mich das nicht. Der sieht schon eher natural aus. Ich müsste jetzt mein Geodreieck und den Zirkel ansetzen, um das wirklich genau zu prüfen. Und am besten einmal auch testen. Aber so von optisch betrachtet kann ich euch sagen, ne. Ein bisschen auch wahrscheinlich nachgeholfen. Aber es passt schon eher mit den Oberschenkeln, weißt du? Oh shit, Digga. Das ist ja fucking Porno, Digga. Ich glaube, werde ich nicht hier auf Twitch gebannt jetzt für so einen Scheiß. Ja. Ist der Cheerleader-Effekt auch ein bisschen am Start. Also wenn du da jetzt hinguckst, ist also da bei denen allen ist jetzt für mich nichts dabei, Digga. Also da ist jetzt nichts, hier, das wäre jetzt mein Favorit. Aber das ist alles so ein bisschen hier, das ist so. Aber lass auf den Song hören. Boah, Digga, was ist das für ein... Jetzt kommt der Drop. Boah, Digga, was ist das für ein... Das ist ekelhaft, Digga. Es geht direkt schön rein. Nein, ich feier ekelhafte Sachen. Ich feier ekelhafte Sachen, Digga. Ach, Bruder, kannst du sagen, was du willst? Der Typ ist krank, Bro. Der gibt ne Energie rüber. Der Typ ist crazy, Digga. Der kann einen richtig catchen mit seinem Vibe. Ich find's auch krass. Der sieht eigentlich so niedlich und süß aus. Aber seine Stimme und wie der rumschreit, ist richtig ekelhaft. Ich glaub, wenn man ihn nicht sehen würde, oder wenn das so ein Joker-Typ wäre, der so richtig böse aussieht und so, dann wäre das nochmal eine Stufe heftiger. Aber die Combo kannst du auch machen. Ist ein einzigartiger Typ, Digga. Oh, Digga, alle. Geil. Feier, ich fühl, ich hab mich jetzt schon geprägt, Digga. Okay, die Ollen sind ein bisschen cringe im Hintergrund, aber der Song ist über-nice, Digga. Aha, die normale Stimme kommt jetzt mal raus, oder was, Digga? 6ix9ine, was machst du gerade mit mir, Digga? Ich bin ganz nervös, Alter. Bruder. Bruder. So, die ganzen Leute, die gesagt haben, der Typ kriegt kein Comeback mehr, da ist schön für euch in die Fresse auf jeden Fall, Digga. Krass, Digga. Krass, dass er mal seine normale Stimme rausholt. Nicht schlecht. Er hat diesen einen spanischen Song, wo der auch so ein bisschen eine höhere Stimme am Start hat. Das ist auch nicht schlecht. Aber die Faces sind gut von den Ollen, das muss man ganz klar sagen. Also, da sind schon ein paar hübsche Mädels dabei auf jeden Fall. Körper sind teilweise ein bisschen verbaut, aber... Joa, Digga, es ist halt Ami-Style, Digga, hauen sich halt alles rein, ne? Okay, diese Skinny Legs und dann so ein Booty kann ich mir nicht geben. Recht ist schon, ey. Oh shit, einfach 6ix9ine-Tattoo, yo. Krass. Digga, tschüss, man. Digga, zum Pumpen, nice. Digga, das ist so geil, Digga. Ich fühl das irgendwie. Ich find's geil. Was sagt ihr, Chat? Schreibt mal rein, Digga. Eins für feier ich, zwei für nicht so mein Ding. Rein da jetzt in die Kommentare, komm. Nee, sagt einer. Eins feier ich, zwei nicht so mein Ding. Ich feier das, Bruder. Ich sag dir ehrlich, ich feier mies, Digga. Mies. 1,5. Eins, 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 eins. Viele Einser, paar Dreier sind auch am Start, Digga. Die ganz Lustigen. Flext damit seine Fußfeste. Krass, Digga. Follow me on Instagram, 6ix9ine. For a shoutout, comment when done. Scamboy-Marketing hat der Bruder auch richtig drauf, Digga. Krass, Mann. Krass. Also ich glaube, ich glaube nicht viele Leute haben mit so einem Comeback gerechnet auf jeden Fall. Ich glaube echt nicht viele Leute haben mit so einem Comeback gerechnet. Ich muss sagen, 6ix9ine auch in seinen Interviews, guck mal, dafür, dass wir darauf gereaktet haben, müssen wir auf jeden Fall ein Like dalassen. In seinen Interviews kommt er echt smart rüber, Digga. Muss man ehrlich eingestehen so. Das ist kein dummer Junge. Das hast du gemerkt in seinen Interviews. Ich glaube, viele Leute haben gedacht, ah, der Typ ist ja richtig behindert. Er hat gar nichts hinter dem, er hat gar nichts auf dem Kasten. Wegen seiner Optik hat er einfach und wegen seinen Songs wahrscheinlich nicht. Aber ich finde, in seinen Interviews hat er sich echt gut artikuliert, hat ein paar gute Dinge gesagt, steht auch, ich meine, er ist auch so ein bisschen, er steht halt so für diese neue Generation, sage ich mal. Für diese abgefuckte neue Generation. Instagram, Cloud Chasing, Trollen, so, das ist halt so voll sein Ding. Er ist ja so mit einer der Typen, der das auch krass etabliert hat, meiner Meinung nach, so. Man kann von ihm halten, was man will. Ich muss insgesamt sagen, von seiner Mucke her, habe ich 80, 90 Prozent von den Dingern, die er rausgebracht hat, gefeiert. Seine Optik ist Geschmackssache, Digga, ist jetzt nicht unbedingt, unbedingt mein Ding. Ist mir einfach ein bisschen zu abgefahren, so. Oh shit, man. Yes, Alter, der Mix von meinem Song ist da. Geil, Bruder. Den muss ich mir jetzt als nächstes gleich geben. Ja, Digga, ist halt ein bisschen abgefahren, abgefreakt und wie gesagt, von dieser ganzen Polizeiaktion und von diesen ganzen 31er-Verraten-Dingen und so'n Scheiß, habe ich sowieso keine Ahnung, Digga. Bin ich gar nicht im Thema. Was sagt ihr, Freunde? Bis zum nächsten Mal.